Tennis Magazin Surf & Drive in Australien Tag 3. Wir sind in Canberra, der Hauptstadt Australiens. Hier in Canberra im Leistungszentrum findet diese Woche ein ATP Challenger Turnier statt. Nick Kiers ist zwar nicht dabei, aber falls ihr mal im November, Dezember in der Tennis Off-Season in Canberra seid, dann schaut hier mal im Leistungszentrum vorbei, denn Nick Kiers kommt aus Canberra und trainiert hier regelmäßig. Zurück zum ATP Challenger Turnier. Wir haben heute Jerzy Wesely, die Nummer 2 des Turniers, und den deutschen Doppelspezialisten Andreas Mies zum Interview getroffen. Was die beiden zu sagen hatten, seht ihr und hört ihr auf unserer Webseite tennismagazin.de und in unseren Social Media Kanälen. In diesem Sinne, Good Day aus Down Under!